Schönen guten Tag, ich wurde aus der Nervenklinik entlassen, äh, das hier ist Visage. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich das nicht mehr spielen werde. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Das Feedback dieses, äh, Let's Plays, nenne ich es jetzt einfach mal, ist überragend. Ja, die Leute, äh, feiern nahezu, zu 100% das, was hier passiert, was hier zu sehen ist. Und was ist hier zu sehen? Leid. Schmerzen. Angst. Kacke in der Hose. Wobei ihr die weniger zu sehen ist. Letztes Mal haben wir unsere Kamera zurückgeholt und haben, äh, den Schrank fotografiert. In der Folge davor haben wir ja quasi in diesem Raum diesen Schrank gesehen, dann sind wir irgendwo gespawnt, wieder unten im Keller, dann sind wir dahin. Nachdem wir dann diesen Schrank fotografiert haben, eine Erscheinung einer göttlichen Selbst. Und jetzt sind wir hier. Ein dunkler Raum. Mit einer weißen Tür. Und ich werde mich heute nicht erschrecken. Nee. Ich bin rehabilitiert. Hallo. So. Jetzt hab ich schon wieder Angst, ne? Da geht's natürlich noch höher, ne? Oh, nee. Wollen wir das? Wenigstens haben wir wieder Strom. Das ist schon mal schön. Ich geh mal erstmal hier runter. Hallo. Wir sind supi drauf heute. Ein dunkler Raum. Ja, super. Klasse. Funktioniert nicht. Ich kann kein Feuer machen. Ich dachte, der tötet mich jetzt. Ich hab ja gesagt, heute erschrecken wir uns nicht. Kannst du hier nochmal reingehen? Ist das die Kerze an? Ich hatte richtig Angst. Ich hatte richtige Panik. Mühe, das ist ja... Huh. Hä? Achso, das ist so ein... Junge, das Spiel wird nicht leichter. Ich dachte, das hört mal irgendwann auf hier mit Kopfgeficke. Gehen wir erstmal hoch. Also, das macht mich ja hier alles... Ey, noch vor fünf Minuten hatte ich so gute Laune, ne? Jetzt ist alles im Arsch. Okay, Wandschrank, irgendwas. Immerhin... Okay, ist von der anderen Seite verschlossen. Ich kann jetzt nur noch hoch in die Dunkelheit, ne? Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Ach ja. Ist voll lustig. Da kommt jetzt irgendeine Scheiße. Oh, ne. Kann ich hier irgendwas nehmen? Oh, ich hab richtig Schweißausbrüche, ey. Ich hab richtig... Mir geht's richtig schlecht. Mir geht's schlecht gerade. Mir geht's einfach nur schlecht. Es fühlt sich alles schlecht an. Mir geht's auch nicht weiter, nein, nee. Mir geht's richtig scheiße. Oh. Jetzt muss ich da hoch, ne? Es gibt quasi keinen Weg. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Oh, nee. Das macht mental Dinge mit mir, wo ihr... Also, ich hab richtig Angst. Oh. Oh, jetzt ist die gleiche... Oh. Ah. Oh Gott. Oh, nein. Ah. Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gerade fühle. Ihr denkt jetzt bestimmt wieder... Oh, der Kalle, der markiert doch nur. Das ist einfach Psychoterror. Ja, jetzt geht die Tür da auf. Oh. Oh, der Kalle, 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 der Kalle Bruder. Ey, das geht so nicht weiter. Ich, also ich habe hier richtig, ich habe richtig schwitzige Hände ne? Ich traue mich gerade nicht weiter zu spielen, weil, also vielleicht dachtet ihr jetzt auch bei den letzten Titeln der Videos immer so ein bisschen, ja der markiert ja nur. Ich traue mich nicht weiter zu spielen. Es klingt echt absurd, aber es ist ein Computerspiel, was ich mich gerade nicht traue weiter zu spielen. Und ich bin sehr froh, es ist 14 Uhr. Ihr kriegt das Video jetzt heute Abend. Digga! Bruder! Jetzt Machen, ruhigen, Alter! Jetzt ist natürlich diese Scheiß-Tür auf! Ich kicke nun... Oh, nee! Oh, das ist Psychoterror! Das macht mich komplett im Arsch! Jo, ich muss hier weg, Alter! Ja, Bruder! Alter, diese dunklen Räume! Und dann hast du nur diese Scheiß-Kamera in der Hand! Nee, jetzt schlägt die Hand. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ja, komm. Erschreck mich doch. Ja! Komm doch! Ich habe keine... Alter! Alter! Das war eine tolle... Also, das macht mich hier... ...alles komplett fertig. Ist der Raum hier auf? Ich versuche jetzt trotzdem noch mal durchzukommen. Jetzt ist sie auch auf? Was ist das für ein Raumhaus hier? Irgendwas. Okay, schnell durch. Ganz witzige Situation. Oh, der ist schwer hinter mir. Der hat mich gerochen. Gib Gummi. Gib Gummi, gib Gummi. Ja. Diese Mucke macht mich auch immer fertig. Was ist das für ein krankes Spiel, Mann? Ich reihe den Sinn auch gar nicht. Ich reihe überhaupt nicht, was das Spiel mir mitteilen soll. Junge, kauf dir ein Asthma-Spray. Ja, und jetzt soll ich hier den richtigen Schrank finden, oder was? Jetzt nimm doch die Kack-Tür! Oh, wir händen das Licht an. Ja, da ist ein Loch. Ähm, oh. Da steht jemand, ne? Hä, bin ich das? Ist das mein Schatten? Hänge ich irgendwie? Okay, dieser Raum verwirrt ja alles. Ich reihe das nicht! Ich reihe das nicht! Was hat der... Was hab ich gesmoked, dass ich solche Sachen sehe? Yo. Alter, ich hab schon wieder richtig Gänsehaut gerade. Oh, der ist echt nah dran! Der ist stuck! Der ist dumm! Der ist... Der war stuck irgendwie, ne? Der ist jetzt in die Wand gefahren, oder wat? Der ist echt cool, Mann. Wahrscheinlich geht da hinter der Tür noch was? Irgendwelche Gewürze, oder wat? Oh, Kamöntee! Ehre! Der kann ich nicht lagern. Ich seh genauso viel, wie ihr. Ah! Haha! Der kommt jetzt und tötet mich. Und ich kann nichts dagegen tun. Können die Tür zuhören? Können die Tür zuhören? Der... Der Schreibtisch kommt mir bekannt vor. Das ist doch der... Aus dem Einrollen. Ja gut, hier ist auch der Fernseher. Kann ich den anmachen? Nee. Das ist alles ein bisschen verwirrend, ne? Das mit dem Schatten, das rall ich überhaupt nicht. Oh, hier unten. Oh, scheiße. Oh, nee. Jetzt soll ich da auch noch... Ich muss selber aktiv hier runtergehen. Scheiße. 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 Ja, nimm mal deine Hand da rein. Das ist bestimmt geil. Was ist das? Was soll ich jetzt mit dem Ding machen? Was war das jetzt für eine Aktion? Wie soll mir das jetzt... Ich kann das auch nicht anwählen. Gar nichts, ne? Welchen Sinn kann das haben? Weil das ist ja auch offensichtlich ein Auge. Ich hab jetzt aus dem Auge was rausgezogen. Welchen Sinn kann das denn haben, da diese Scheiße rauszuziehen? Warum... Kann ja auch nichts mehr... Also das ralle ich jetzt mal ganz und gar nicht, ne? Jetzt ist oben dieser Schatten weg. Ich hab jetzt mal eine Hand eben frei gemacht, um zu schauen, ob ich damit was machen kann. Ach, lol. Ich hätte echt nur die Hand frei haben müssen, nur. Okay. Wir gehen durch. Ach, das ist einfach nur von der anderen Seite jetzt, ne? Ja, aber jetzt müssen wir vielleicht unten lang. Oh! Ich weiß es! Da war die Tür verriegelt und das haben wir jetzt rausgezogen. Und jetzt können wir da lang. Richtig? Wenn das stimmt, bin ich der krasseste Mensch der Welt. Ich hab recht gehabt. Ich bin so ein geniales Genie. Und gleich werde ich getötet. Komm, der, und das war das. Das klemmt. Was haben wir hier für einen Raum? Also, das ist halt. Oh Mann, nur Türen! Was? Was? Die chillen voll im Wasser. What the fuck? Alter, dieses... Das ist ein reinstes Labyrinth. Ein reinstes Labyrinth. Okay, da hab ich ihn eben gesehen. Oh, da ist ein Schlüssel. Rostiger Schlüssel. Hier war noch eine Tür zu. Ah, perfekt. Hi! Ich komm einmal, um die Wasserrohre zu... ...checken. Oh, da liegt ein Hammer. Komm, bitte lasst mich doch diesen Hammer nehmen. Äh. Okay. Ja. Ja, ja. Ich kann das Brett neben mir rüber zu laufen. Ich bin so schlau. Ich bin wirklich schlau. Scheißspiel, ey. Oh Gott, diese Kamera! Ja, perfekt. Foto gemacht. Wird gespeichert. Wir haben sehr viel Progress. Bude. Oh, sollen wir vielleicht da lang gehen? Ich hasse euch alle für diese Kla- AHHHHH!